Unsere Geschichte beginnt am 25. Juni 1865. Der englische Arzt Hudson Taylor fleht am Strand von Brighton zu Gott, um willige, fähige Mitarbeiter, um mit ihm das Evangelium in die unerreichten Provinzen im Inneren Chinas zu bringen. So entsteht die China-Inland-Mission. Bereits nach einem Jahr kann Taylor mit seiner Familie und 16 Mitarbeiter nach China segeln. Ende 1866 arbeiten 24 Mitarbeiter auf vier Missionsstationen im Inland. Sie predigen das Evangelium und gründen Gemeinden. Andere Missionare möchten ihre englische Lebensweise beibehalten. Hudson Taylor aber ist davon überzeugt, dass das Evangelium nur Wurzeln schlagen kann, wenn Missionare sich mit der Kultur derer identifizieren, die sie erreichen wollen. Lasst uns in allem, was nicht sündig ist, den Chinesen gleich werden, damit wir auf alle mögliche Weise einige retten. Es folgen Jahre des Wachstums für die China-Inland-Mission. 1888 arbeiten 294 Mitarbeiter in 14 Provinzen. Zwischen 1898 und 1900 finden während des Boxeraufstandes hunderte von Missionaren und tausende chinesischer Christen den Tod. Die CIM verliert 58 Mitarbeiter und 21 Kinder, mehr als jede andere Mission. Durch diese Zeit der Verfolgung wächst der CIM auf 933 Mitarbeiter an. Bis 1939 sind fast 200.000 Chinesen und Angehörige von Minderheitenvölkern getauft worden. Ein Wendepunkt kommt 1949. Mao Zedong und die Kommunistische Partei übernehmen die Macht. Die Missionare können nicht länger bleiben. 1950 muss die China-Inland-Mission abziehen. Wie soll es weitergehen? Hoffnung keimt auf, als entschieden wird, in neue Länder zu ziehen. Die neue Zentrale wird in Singapur errichtet. Die Missionare ziehen in die umliegenden Länder und verbreiten die gute Nachricht von Jesus in ihrer ganzen Fülle. Der Name wird zur Overseas Missionary Fellowship geändert, Deutsch-Überseeische Missionsgemeinschaft und heute OMF. Da die Kulturen der Bevölkerung Ostasiens so unterschiedlich sind, entwickeln sich auch die Gaben und Dienste unserer Mitarbeiter verschieden. Alex fährt auf seinem Motorrad durch Thailand und verteilt Bibeltraktate. David strahlt christliche Radioprogramme nach Kambodscha aus. Makino und Iso leiten Studenten in Thailand in der Nachfolge Jesu an. Kirk reist zu den mongolischen Nomaden und erzählt ihnen von Jesus. Irene schult Sonntagsschullehrer auf den Philippinen. Carolyn bereitet in England junge asiatische Christen auf ihre Rückkehr in ihre Heimat vor. Peter unterrichtet Altes Testament in Malaysia. 2006 wird Dr. Patrick Fong Generaldirektor von OMF International der erste Asiate in dieser Position. Heute haben wir mehr als 1400 Mitarbeitende aus über 40 Nationen, die unter etwa 100 Volksgruppen in Ostasien arbeiten. Aber auch unter Asiaten in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika, Neuseeland, Australien und in Asien. So hat Gott uns in den letzten 150 Jahren gebraucht. Wie will er dich gebrauchen? Beide sind in die beiden. Attenant nach Kambodscha aus Geräusch will er sich nicht mit den verschiedenen Däumen und zuvor der Frechheit auf den Churchen. Ich begrüße Sie an die Beide. Das ist kein Bauch, sonst wo er dich vor gibt.